So, herzlich willkommen meine Damen und Herren, hier bei Tigersteel Double May Cry 4 auf der Playstation 4, wir sind hier stecken geblieben, wir sollten besser gesagt wieder aufgehört und jetzt machen wir genau wieder weiter. infections und soweit hier wo kommen wir zu dem großen Turm. Game火 und die Kacie in K Bora. üss welcher Die Kなので uns im Hintergrund damit die K Pepper ein liefernste Ebene nicht mehr planen, die die Kst Moses zusammen Kadir mit ihnen wollen. da haben wir die erledigt oh sorry oh viel zuvor so hier ja oh wow okay Okay, das war dann. Ein falscher Ort. Komm, 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 komm. Oh, die Schrikpiche, awesome man. Hey, Schlaubert. Give it, give it, give it, give it, give it, give it. Shy Saman. Shy Saman. Das ist eine gute Brücke. Wir sind hier richtig weg. Ja, sieht so aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier der richtige Weg ist, also ich hoffe zumindest. Aber da ist doch der richtige Weg hier, oder? Weil hier nicht irgendwo eine Giftpflanze, die uns den Weg versperrte. Ja, ich glaube das war hier. Irgendwo eine Treppe war ja hier. Ah, okay, ich wollte es nicht anders, eh? Come on! Come on! Come on! Smoking-Style, yeah! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Sollten wir den Weg beikregen. Ich habe gewusst, was hier kommt. War hier irgendwie die verwirrende... Also der magische Weg... Ah ja, genau das war das hier. Und irgendwie das mit dem... Das ist ein lieblicher Wald, aber wer ihn lieblos behandelt wird von Dunkelheit umschlossen! Hmm... Wer sich nicht nach Dunkelheit sehnt, sollte nach dem Licht streben. Hmm... Umsonsten sind alle Bemühungen vergebens. Ich brauche nach dem Licht streben. Nach dem Licht streben. Ich geh mal hier. Okay... Okay... Licht... 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 Einziges Licht streben hier. Yes! Licht... Lass mich mal... Das ist doch mal los. Ich brauche das auch. So... Kann man das auch kurz nicht mal beledigt hier. Dann können wir weiter. So, dann können wir weiter, oder was das machen kann. richtig keine Ahnung. Falsch, alles falsch. Da lag ich daneben. Geh ich hier mal nach links? Oder was steht hier? Bist du denn, wir haben flossen auf volle Licht der Dunkelheit. Oh nein, sondern wir haben ihn wohlgesinnt. Vorrichtig muss auch Schatten sein, aber Schatten fährt nur zur Dunkelheit. Keine Ahnung, ich geh mal hier. Verzichtig. Oh nein. Ähm, ich versuche einfach mal was. So, wir sind hier richtig. Das wäre ja super, oder? Geh rein. Aber ihr habt nie genug von mir. Geh rein. ich will mir was cool kaufen hier wieviel habe ich hier 22.000 ja genau das meinte ich mit dem turm das sieht eigentlich fantastisch hat dieser turm das design gefällt mir sehr also in so einem moment wie ich gerne wohne ganz ehrlich ich kann hier den Buss ok ich kann hier den Buss ok ich kann hier den Buss ey komm hier Yes. Yes. Come back out. Now die. Yes. Yes. Stop it. Ok, jetzt gib das your niche. Stop it. Hey, der trifft nicht mit allem! So! Nein, man weischt doch aus! Fight those house, man! Komm, 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 komm! Komm! Ich hab dir doch gesagt, weich aus verdammt! Okay! Geben sie alle Hoffnungen auf! Nein, das gebe ich natürlich nicht auf! Okay, dem Tiger sitzt! Okay! Komm her, du willst gegen mich und treten! Komm her, du bist! Komm her, du bist! Komm, sie ist normal! Komm her, du bist! Komm her, du bist! Komm her, du bist! Okay, sieben 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 sieben! Komm her, du bist! Komm jetzt, Mann! Können ich den Oh mein Gott 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 es gibt es nicht man es kann doch nicht wahr sein kann man nicht abwehren hey leute das kippet nicht ich konnte nicht schlafen heute nix und 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 um 800 und 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 ihnen Leute, tut mir leid für diesen Scheiß-Rawnd So Leute, ich hoffe ihr hattet Spaß Ich hatte auch Spaß Aber eben ja, wie ihr sehen konntet Ich hoffe, ihr könnt euch unterhalten Teilt das Video, kommentiert es Liked es, abonniert mich nicht vergessen Auch im Twitch, subscribed me Und wir sehen uns das nächste Mal Auf Wiedersehen